Willkommen zu einem kleinen Info-Video. Und zwar geht's um meinen Zweitkanal. Auf dem Zweitkanal werden jetzt derzeit ja nebenbei noch öfters Videos kommen. Kann ich nur empfehlen. Auf Soul Manga werden Videos wie Manga-Kapiteln kommen sowie Anime-Kämpfe oder sonst was für Sachen die mir gerade so spontan einfallen auf die ich eben so Lust habe zu zeigen. Natürlich könnt ihr auch in die Kommentare schreiben was ihr sehen möchtet. Das ist kein Problem. Die Let's Plays werden natürlich normal weitergehen. Bloß das andere ist derzeit ein bisschen leichter weil ich habe selbst nicht so viel Zeit gerade Let's Plays aufzunehmen. Deswegen noch so die Nebensache. Wie gesagt, auf dem Zweitkanal immer gerne wieder vorbeischauen. Jetzt im Anschluss kommen die Regeln von Dodgeball und auf den Zweitkanal geht der Kampf denn los als Anfang. Da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Das war's. Es ist das Nuis-Böse. was für viele Teile im Grunde. Hier kam es wichtig. Anhalternde Krissöhnanticsen sinnvoll zu stecken. Beispielsweise, ich habe das Nuis-Böse gesetzt. Ich habe das Nuis-Böse gesetzt, wenn das Nuis-Böse gesetzt, dann ist es gut, als ich geradeomme de Jets-Böse. Sieht so, dass ich das Nuis-Böse gesetzt. Wenn ich den Ball in der Ball in der Balle nachbauen bin, und wenn ich den Balle anbieter, dann bin ich der Balle nachbauen und der Balle nachbauen, dann bin ich der Balle nachbauen. Wenn der Balle nachbauen könnte, dann wird der Balle nachbauen. Wie ist das? Einmal? Wenn man den Ballen ausbauen kann, kann man bei einem Balle nachbauen? Natürlich kann man es. Aber wenn man nachdenkt, dann kann man einen Mann zu verabschieden, wenn man ein Mann zu verabschieden hat.